Heute ist es soweit. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Ich packe in mir den ultimativen Köder für das ultimative Schlepp- und Spinning-Gewässer. Also, ran da an den Kuori, ab ins Boot und rausziehen die Brocken. Und zwar am besten die richtig dicken Dinger, Alden. Verdammten Barsche, Alter. Aber nicht nur die Barsche ballern rein, sondern eben auch richtig schön die Barfuß, die Seewarnforellen und die Regenbogenforellen. Und das ist halt richtig sexy. Gestern Nacht hier schon gewesen und noch ein bisschen rumprobiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, für heute mache ich dann nochmal schön ein Video ganz entspannt in den Sonntagmorgen rein. Ein bisschen Kaffee dazu und so. Nebenbei ein paar Playlists durchgucken vom YouTube-Kanal hier. Und dann schön entspannt ein Käff getrinken. Und vielleicht sogar auch noch ein bisschen angeln dabei. Geht doch immer. So, komm ran hier, Alden. Also, was verwende ich? Ich verwende tatsächlich den Balsaköder. Ja. Balsaköder, selbst hergestellten Köder, beziehungsweise den, den man jetzt aus den zuletzt zugefügten Shops, ähm, den man kaufen kann, zeige ich natürlich gleich noch. Und es lübt erstaunlich gut. Was heißt erstaunlich? So erstaunlich ist es nicht. Seit Wochen und Monaten sieht man in sämtlichen Rekorden immer wieder und immer wieder den gleichen Köder. Denn es läuft einfach echt gut. Und das Gute ist, es rasseln sehr unterschiedliche Fische hier drauf rein. In verschiedensten Größen. So, komm ran. Gestern Abend noch die Sefo als Trophy rausgezogen. Sefo mit 11, Kilo. Schmeckte natürlich auch. Gar nicht so schlecht. Zack, wieder raus damit. Und gerade eben, ähm, auch schon ein bisschen rumgetestet. Hoppala, da war ja noch einer. Und, ähm, auch schon Seewarnforellen dran gehabt. Also, es ist wirklich gut. Was ist mir, was ist mir bisher, auch nicht schlecht. Was ist mir bisher immer wieder aufgefallen? Aufgefallen ist mir die Temperatur. Und das hatte ich auch im letzten Video schon gesagt. Die Temperatur am Kuori immer im Blick behalten. Ich habe jetzt schon mehrfach und ich, ich habe das immer wieder auch im Blick, sobald riesengroße, äh, Trophäen oder sowas gefangen werden, Exoten, äh, wie der Kuorski und so. Also, dann Attacke, Vollgas, sofort Escape, gucken, wie ist das Wetter an dem jeweiligen Gewässer. Ja, in dem Fall halt am Kuori. Und in der Regel ist es halt genau so. 11 Grad, Sonnenschein, leicht bewölkt. Und, genau das, ganz, ganz, ganz häufig, dass diese Temperaturanzeige dann da ist, ist einfach für mich so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, dass das anscheinend, ja, genau die richtige Temperatur für das Gewässer ist. Vielleicht ist es dann auch nachts irgendwie kalt genug oder in den Morgenstunden dann genau richtig von der Temperatur, dass die Fische dann halt übelst reingehen. Von der Strecke her fahre ich hier, ja, verschiedenste Strecken ab. Und ich mache auch, ähm, nicht nur dieses ganz simple einfach schleppen, sondern eben auch ein bisschen dieses aktive. Das heißt, auswerfen, erstmal ein bisschen an der Oberfläche liegen lassen, wenn man dann den Bügel zu macht, wenn er dann zu ist, dann zack, geht der Köder schon mal runter. Auch das kann schon mal richtig gut triggern. Und dann zusätzlich mit 50er Einholgeschwindigkeit und Shift eben kurze Umdrehung, kurze Umdrehung. Und dann steht hier unten schon das Twitchen wieder. Also, dass man hier eben auch zusätzlich nochmal in das Twitchen reinkommt. So, da haben wir doch schon wieder einen dran, irgendwas Kleines. Also, so der Plan, wie gesagt, von der Strecke und vom Setup zeige ich das natürlich auch noch. Denn, Alter, heute sind extrem viele Barsche. Hatten wir gestern, äh, hatte ich gestern nicht. Gucken wir mal kurz in den Kescher. Ja, also deutlich mehr Barsche. Regenbogenforelle aber auch schon wieder reingegangen. Seewarnforelle, kurz nacheinander. Die war dann weiter hier hinten in diesem Bereich. Übrigens hier diese gesamte Area immer wieder richtig hot. Ob man hier an der Kante vorbeifährt, auch manchmal wieder für die, für die Regenbogen. Äh, Seewarnforellen sind hier reingeballert. Aber auch hier hinten ist die Regenbogen schon reingeballert gestern Abend. Und die, äh, Trophy Seepho war hier in dem Bereich. Also, es ballern immer mal wieder an den unterschiedlichsten Stellen die Brockenreihen. Deswegen fahre ich eben auch die verschiedensten Stellen einfach immer wieder ab. Ja, vom Setup her, ähm, wir können ja mal hier eben reingucken. Das hier ist das etwas stärkere Setup mit 19 Kilo Vorfach. Korski hatte ich bisher tatsächlich noch nicht. Die letzten Tage, beziehungsweise heute auch, äh, bisher noch nicht. 19 Kilo Vorfach, wie gesagt, ziemlich dick. Auf den anderen Routen ist jeweils ein 15 Kilo Vorfach mit, äh, 19 Kilo Monoschnur. Also, das natürlich jetzt, weil die Rolle hier ausreichend Schnur fasst. Wenn du natürlich eine kleinere Rolle hast, wie gesagt, das Setup insgesamt so in Richtung 12 bis 15 Kilo ausgelegt ist, dann reicht das gänzlich. Grundsätzlich bin ich gerade ein übelster Fan davon, hier mit 12 Kilo Vorfach rum zu hantieren. Bringt einfach deutlich mehr Frequenz. Das dann allerdings, wenn man wirklich auf Frequenz aus ist, wenn man auf viele Fische in kurzer Zeit aus ist. Und da empfiehlt es sich auch tatsächlich einfach mal wieder den guten alten Spinner zu verwenden. Verschiedenste Spinner, genau die Spinner, die du übrigens auch am Belaya verwendest, einfach mal hier verwenden, gerade wenn du noch ein bisschen mehr Skill-Punkte haben willst, auch speziell beim Spin-Fischen. Dann macht es da auch eben Sinn, gezielt am Kuori oder dann später auch an der Achtuba, an der Tunguska oder auch am Donets einfach mal mit dem Spinner langzubrettern und dann da viele unterschiedliche Fischis in kurzer Zeit mit drei Routen auf dem Spinner rauszuziehen. Da kriegt man auch richtig schnell weitere XP-Punkte für Spinning. Es kommt natürlich immer die Frage auf, was mache ich denn nachts am Kuori? Naja, genau das gleiche, was du auch am Tag machst. Einfach weiterschleppen, denn natürlich können auch nachts so Brocken reingehen, die am Tag vielleicht ein bisschen vermehrt da sind, aber auch nachts, wie gesagt, funktioniert das ganz gut. Und einfach genauso weiter rumschleppen, gerade wenn man noch im Low-Level-Bereich unterwegs ist und man hat noch nicht so viel unterschiedliches Setup, macht es eigentlich keinen Sinn, extra irgendwie an Land zu fahren, sich das Setup umzubauen, dann irgendwie auf Grund zu angeln für, ja, wie lange ist das? 10 Minuten, 15 Minuten, bis es dann langsam wieder hell wird. Wir haben jetzt hier mittlerweile gleich drei Uhr, das heißt innerhalb der nächsten Stunde wird es hier dann schon bald wieder hell am Kuori. Wir haben hier also eine sehr, sehr kurze Nachtphase und deswegen lohnt es sich da eigentlich kaum, dass man da irgendwie großartig was anderes macht. Vielleicht einfach mal ein bisschen andere Köder testen, einfach um für euch selbst rumzuprobieren, gibt es irgendwelche Köder, die nachts vielleicht auch noch besser laufen. Auch das ist ja durchaus möglich. Gestern Abend hatte ich übrigens nochmal einen Test gemacht zwischen Puschelhaken und kein Puschelhaken. Das heißt also, im Detail verwende ich jetzt gerade Einserhaken ohne Puschel und ich hatte das gestern halt, wie gesagt, ausgiebig getestet, die ganze Zeit eine Route mit, eine Route ohne, die dritte Route dann einen gänzlich anderen und ja, das Ergebnis ziemlich deutlich, also deutlich mehr Frequenz auf den ohne Puschel. Ob das an dem Tag lag, kann man schlecht wissen. Werde ich auf jeden Fall nochmal weiter testen und ausprobieren. Und bei den Fischen, wo ich dann zunächst dachte, ja, da ist es vielleicht wirklich interessant, wie zum Beispiel Regenbogenforelle, da gingen auch tatsächlich die meisten dann auf ohne Puschel. Das heißt, es hatte tatsächlich überhaupt keine Auswirkung, dieser Puschelhaken hier beim Schleppen. Ja, heißt also für mich demnächst, viele Wobbler erstmal umbauen. Nichtsdestotrotz werde ich das natürlich noch ein bisschen weiter testen, inwieweit das dann noch Auswirkungen hat. So, die Barsche laufen sensationell. An manchen Tagen ist es einfach zu wild, ne? Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass zwischen den ganzen Barschen auch noch ein richtig schöner Brocken lauert. Na, Bäm, ist es denn wahr? Da ballert er doch nochmal rein, der Brocken. Gerade auf dem Rückweg von da hinten aus dem 13-Meter-Loch hier in Richtung, ja, wo sind wir hier? Da ist die Insel. Da vorne ist schon das Dorf. Ja, eine schöne Seefohr. Sehr gut. Also, im Großen und Ganzen, ja, es lohnt sich natürlich auch mal mit den Balsar hier ranzugehen. Ich habe sie ja jahrelang verschmäht. Zack. Aber, ist es notwendig? Nee, absolut nicht. Gerade im Anfängerbereich. Mit Spinnern hier reingehen, mit Blinkern hier reingehen, später dann mal verschiedene Wobbler holen. Denn diese Wobbler sind immer wahnsinnig teuer auch. Man braucht auch immer gute Haken da dran und so Sachen. Also, lieber klein anfangen. Und als Tipp, schaut euch einfach an, wie die Rekorde aussehen. Und zwar bei den Ultralight-Rekorden. Wöchentliche Rekorde, Ultralight. Welche Köder werden da gerade verwendet? Das ist immer ein richtig guter Anhaltspunkt, um damit dann gerade im Anfangsbereich hier am Koori zu starten. Man muss nicht hier mit Balsaködern starten. Man hat in der Regel gar nicht das Setup dafür. Petri, wenn ihr das Ganze geholfen habt, gerne einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.